Juhu, und immer schön die Achterbewegungen Und immer weiter Und... Scheiße Es ist das Electrum Und... Ihr werdet jetzt eine Folge lang nur das sehen Aber das wusste ich jetzt wirklich nicht, dass das sich so verwendet. Ich dachte, das stapelt sich alles übereinander. Naja... Dummheit macht eben den Meister Oder vielleicht wäre ich sonst nie auf solche schönen Sachen gekommen Wer weiß Ich wollte noch eine Solarzelle... Naja... Blank Cast Eine Solarzelle bauen Und... Ähm... Was noch? Ziemlich viel wollte ich eigentlich bauen Jetzt kommt Eisen Ich glaube, das war auch... Ja, es war das letzte Super Jetzt haben wir Thin Ingot Elektrum Ingot Bronze Ingot Iron Ingot Copper Ingot Aluminium Brass Und Lead Ingot Schön Schön Ich brauche wovon 8 8 Elektrum Ingot So... 8 Elektrum Ingot Mach ich einfach mal aus Elektrum mein nächstes Schwert Obwohl, ich weiß ja gar nicht wie Elektrum geht Das ist scheiße Das ist scheiße Kann ich ja mal kurz nachgucken Ehhh... Hallo? Was ist los? Ehhh... 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 Nein... 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 Da aus Silber und Gold Gut Gut Ok, Silber und Gold habe ich genügend Mal gucken, wie gut das hält Sollte ich aber daraus nicht... Sollte ich aber daraus nicht... Doch, komm... Machen wir die große Schwert... Scheide daraus... Nein, nicht die Schwertscheide, sondern die... Buh... Mulden Elektrum Ach... Ich kann gar nichts aus Elektrum machen Gut Dann heißt es wieder... Obwohl, das waren acht Jahre... Wie... Da... Einfach nur... Sinnlos... Die Sachen... Holen... Aus der Smeltery... Ehhh... Mal gucken, ob ich die Folgen einfach doppelt nehme... Obwohl, das geht ja gar nicht... Ähm... Ok... So, jetzt habe ich aber alles geschmolzen... Schön... Da... Da... Super, nur was mache ich ohne Schwert... Ich nehme mir ein Wasser einmal auf jeden Fall... Ähm... Einmal Wasser mit... Sollte ich mir... Dringend aufbewahren... Das Ding arbeitet schön... Hier oben ist er nicht... So... 24... Ist auch alles ok... Erstmal ins Bett gehen... Und dann... Muss ich die mitnehmen... Denn... Ich brauche eine... Da... Ein... Einmal Wasser... Muss ich mitnehmen... Und... Goldblock... Soll ich raus tun... Äh... Rubber Sapling... Muss ich alles da gebrauchen... Hier kommt rein... Stört mich nicht... Creeper... Nein... Habe ich alles da? Amor Stand ist da... Gut... Ah, da ist auch noch ein Sword... Ja... Schön zu wissen... Kommst da hin... Die wurden... Doors sind da... Gut... Also... Größtenteils noch... Alles da geblieben... Es sieht hier vorne schon etwas... Stark... Zer... Fleddert aus... Dank... Gewissen... Ungebetenen Gästen... Natürlich super... So... Und... Achso... Ja... Ich habe Assassin's Creed 3 zu Ende gespielt... Ich war so frei... Ich habe... Das endlich geschafft... Mir Zeit genommen... Und das ganze Ding gespielt... Und... Naja... Also ich bin ja eigentlich ein großer Fan... Aber... Das Ende... War nicht so unbedingt... Mein Ding... Vor allem Ding... Es ist nicht... Also kein typisches Ende... Sozusagen... Alles... Wofür wir gearbeitet haben... Wird wegkommen... Ja... Wir haben die Welt gerettet... Und... Trotzdem... Gewinnt... Sozusagen... Der Gegner... Und... Ich habe immer noch zu wenig... Und... Ich habe immer noch zu wenig... Und... Natürlich... Scheiße... So... Wo ist mein Tool-Racket... Scheiße... Es ist kaputt gegangen... Habe ich noch Steine... Stone Bricks... Ehm... Habe ich noch Stone irgendwo... Marble... Stone... Gut... Nein... So... 4 Stone Bricks... So... Türen... Und... Andere Seite... Andere Seite... Bitte... Ja... Das hat unseren Zeitplan... Jetzt natürlich... Ganz durcheinander geworfen... Eine unerwartete... Explosion... Eines... Ungebetenen Gastes... So... Ähm... Tool-Racket... Bitte... Ein... Iron... Gut... Das kann ich ja noch hier rausholen... Oder... Iron Ingot... 2... So... Plus ein bisschen... Jungle Wood... Ach... Komm... Ich nehme Jungle Wood... Ein Crafting Table ist auch verloren gegangen... Super... So... Und jetzt... Komm... So... Die... Jetzt haben die halt eine andere Farbe... Sehen aber trotzdem schön aus... So... Was kann ich denn jetzt alles hier lassen? Die kann ich hier lassen... Die Schaufel müsste ich mitnehmen... Das Schwert müsste ich mitnehmen... Die Schaufel und die Axt... Ja okay... Die Schaufel lasse ich auch mal hier... So... Den Eimer haben wir... Okay... Die Fehlern sollte ich auch dringend hier lassen... Der sich mühsamer kämpft... Die sollte ich nicht so leicht wieder verlieren... Genauso wie das Leder und das Fleisch... Und das auf jeden Fall... So... Jetzt... In unsere bekannte Mine... An dem Öl vorbei... Boah... Früher war das ja zumindest noch so... Dass du... In Öl springen konntest... Und du... Eine Zeit lang nicht vergiftet wurdest... Aber jetzt wirst du ja direkt vergiftet... Das ist ja noch... Bescheuerter... Hopp... Hopp... Lauf...